Und damit willkommen zurück zu Command & Conquer 3 Tiberian History im Live-Let's-Play. Auf zur Amazonas-Füße. Keine... okay. Hatten wir schon in der letzten Folge. Nicht mal ein bisschen doof, aber... naja, was soll's? Auf Strom. Dieses Labor ist für Cain sehr wichtig. Wir dürfen nicht versagen. Die sind groß. Sie haben Reichweite. Building. On hold. Canceled. Ah, Forschungslabor können wir hier bauen. Äh... Ich will erst mal das Forschungslabor angucken. Einheit wird angegriffen. Ausbildung. Unterstützpunkt wird angegriffen. Einheit befördert. Die sind ja Anti-Inventarie, ne? Laser hier. In dem Falle. Neue Konstruktion. Option. Jetzt noch. Okay. Wer in den Daten aktualisiert. Ausbildung. Oh. Building. Insufficient funds. Wir wollen verkaufen. Yes, Sir. Das haben sie jetzt gar nichts gegeben. Weiter so. Ich bin unterwegs. Einheit wird angegriffen. Unterstützpunkt wird angegriffen. Ihr schafft das schon. Äh... Gebäude verkauft. Ich bräuchte ihn auch nicht. Irgendwann tötet ihr die schon. Keine Sorge. Oh, das wird die Apache kriegen. Yes, Sir. Acknowled. Yes, Sir. Oh, das wird die Apache kriegen. Moving out. Affirmative. Einheit wird angegriffen. Boah. Affirmative. Gute Arbeit, Commander. Sichern Sie jetzt erst mal das Labor, damit Kayden in Ruhe arbeiten kann. Feindliche Einheiten in Sicht. Acknowledge. Nachricht. Im Norden ist ein Vorposten der GDI. Möchten Sie gern ein paar Skorpionpanzer zum Spiel haben? Skorpionpanzer stehen in der Waffenfabrik bereit. Was? Und der Stützpunkt wird angegriffen. Ach, ernsthaft. Was seid ihr denn jetzt bitte? Skorpionpanzer. Genau so aus wie die... Ne, nicht ganz. Insufficient funds. Ready and waiting. Bist du bereit? Textiles Aircraft, okay. Skorpionpanzer. Oh, mehr Geld. Oh, mehr Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Ich müsste die beiden Sachen jetzt mal zerstören. Moving out. Moving out. Yes, sir. Ja, zurück. Construction complete. New construction options. Ach, du Scheiße. Large attack rate plus additional damage. Stealth Tank, Attack Cycle, Artillery und Sam's... Oh Gott. Transports Plasma. Das ist für die Benji. Can I ricochure off target causing... Oh, ich bin Jagger's Edita Armor. Oh. Yes, sir. Aber ihr kriegt erst mal das. Cannot deploy here. Doch, bau einfach da. Ready and waiting. Upgrade, upwärts lassen. So, und jetzt seid ihr auch noch effektiv gegen... Right away, sir. Fahrzeuge. Oder effektiv, ja, bei dem. Right away, sir. Einheit wird angegriffen. Right away, sir. Vollverstützpunkt wird angegriffen. Moving out. Oder auch nicht. Schade, dass es keine Venoms mehr gibt, aber es ist auch in Ordnung mit denen. Nein, ihr Light-Tanks habt keine... Ja. Kann ich auch in Ordnung verbauen. Was ist der Unterschied mit und ohne? Da muss ich erst mal gucken. Ah, und jetzt. Yes, sir. Einheit befördert. Einheit befördert. Äh, nein. Nein. Ach, du scheiße. Okay. Ich glaube, das könnte sehr lustig werden. So, pew, 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 oder so. Alter, wie aktiv die noch sind mit angreifen. Heftig. Das kenne ich eigentlich nicht, dass sie danach immer noch so aktiv sind. Einheit befördert. Moving out. Acknowledge. Einheit befördert. Not a problem. Not a problem. You've got it. Not a problem. You've got it. Gegen Infanterie, die sind so effektiv. Not a problem. Not a problem. Ah, zack, bumm, tot. Ah, so knapp. Ist gleich fertig. Bin gleich echt gespannt. Ah. Das ist das dann also. Okay. Gott. Waiting orders. Waiting orders. Ja, dann, äh. Brauche ich das und das noch für dann nach oben? Äh, ja. Weiß nicht, ob sie die Türme schaffen. Können wir gleich sie mitbekommen. Ja, ja, doch. Doch. Sehr schön. Sehr schön. Not a problem. Right away, sir. Yes, sir. Moving out. Right away, sir. Äh. Not a problem. You've got it. Not a problem. Zeit in. Einheit wird angegriffen. Yes, sir. You've got it. Ready and waiting. Puff. Gehst du da hin? Yes, sir. Orders received. Affirmative. Not zurück. Ready. Ready and waiting. 20 Einheiten in Sicht. On hold. Yes, sir. Ja, dann, äh. Alles mal rüber. Inferne Nachricht. Die GDI hat eine prachtliche Angriffsbasis. Prachtliche Angriffsbasis. Ey, ich meine, sie ist in Ordnung, ne? Die GDI ist in der Stadt. Das spüre ich. Es gibt kleinere Basen von denen. Wir sind unbesiegbar. Wie lautet der Plan? Darum sollte die nicht langen. Wir haben sie. Wir kommen. Was ihr machen könnt, ist das zu zerstören. Was der mit hat? Oh. Ausbildung. Ausbildung. Ah, du kommst mir nach oben. Dieses Land gehört unerscheinheit. Ich hab das zerstört. Es wird uns gehören. Nord braucht mehr Land. Du kommst mal in die Richtung. Nord lässt dich nicht einengen. Energiegebäude machen es jetzt nicht besonders viel Schaden. Kommando wird... Oh mein Gott, okay. Ich bin mal gespannt. Ist das einfach auf dem Boden oder ist das nicht aus dem Boden? Es ist genauso wie ich es dachte. Oh mein Gott. Alles klar. Insufficient. Ach du Scheiße. Einheit wird angegriffen. Unit last. Alles klar. Tiberium fällt abgebaut. Building. No, Lighttanks. Lighttanks. Ja, mit euch kann ich es vergessen. Ihr schafft das schon. Ich glaube an euch. Einheit wird angegriffen. Ihr macht das schon. Wie gesagt. Wegen sind die hier etwas fairer. Als die Hammer of Mercy. Allein weil die so langsam schießen. Also die Schüsse so langsam sind. Angegriffen. Aber der AOE-Bereich ist auch nicht gerade zu unterschätzen. Was ist der Unterschied zwischen... Strong with the Aircraft? Ah. Wegen sind die Verbesserung. Okay. Verstehe. Leidenbäcker sind also gegen die Luft. Verkotz der Anteilerie ist immer noch. Heftig. Und mit diesem großen AOE-Bereich. Das ist wohl. Da. Unit lost. It's them. Get ready. Ready. Yes, sir. Get ready. Order is received. Right away, sir. Ah, nee. Die Dinger tun weh. Das weiß ich noch. If only they were all that easy. Oh, der kappelt ihnen echt gut gegen. Und ich will den auf Feld haben, aber jetzt ist es zu spät. Ich will das Ziel erreicht. Hey. Ja. Ja, ja. Mission erfolgreich. Sagen wir hier nicht zu sehr mit, ähm... Gegen Artillerie dann ankommen. Oh Gott, letzte Mission dann, ey. Ah, Keynes Turm. Ah, mal gucken. Vor der habe ich einfach am meisten Angst. Klar, es gibt auch viele andere Missionen, vor denen ich Angst habe, aber... Äh, Keynes Turm ist immer so dieses... Die Königsherausforderung teilweise immer. Also, gefühlt finde ich mittlerweile, ist Keynes Turm... Mit allen Kombinationen... Also, mit allen Mods und Vanille hat die zusammen gemischt, ist Keynes Turm meistens die Mission, die am längsten geht. Weil sie auch am schwersten ist. Aber es gibt auch wiederum, ne, dass sie etwas kürzer ist oder sehr leicht oder... Es ist halt eben sehr, aber es ist meistens die, die am allersten bricht. Vor allem jetzt mit der Mod, wo ich jetzt hier irgendwie nicht laden darf. Also, wir können es doch mal ausprobieren, ob ich, äh... Eine Mission reinladen darf oder ob das Spiel abschmiert. Ich darf laden und das Spiel schmiert ab. Okay, ganz, sehr schön. Gut, haben wir das auch geklärt. Dann war es aber trotzdem das jetzt mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, falls euch der Part gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und wir hören uns dann, äh... Ich habe vergessen, welche Mission als nächstes kommt wieder. Äh... Kann man nicht fortsetzen. Bye, bye, äh... Atlantik küsst wieder. Bis dahin. Cheerio. dlm. meu Untertitelung des ZDF, 2020